Also, falls ich wirklich lernen will zu kochen, dann könnte ich mich doch einfach durch Julia Tscheits Kochbuch durchkochen und darüber bloggen. Ich hab das Buch meiner Mutter geklaut, als ich das letzte Mal in Texas war. Als ich acht war, war der Chef von meinem Vater mal bei uns zum Essen. Das war ein Riesending und meine Mutter machte Boeuf Bourguignon. Aber nicht irgendein Boeuf Bourguignon, sondern Julias Boeuf Bourguignon. Es war, als wäre sie da, als wäre Julia da, im Zimmer, an unserer Seite. Sie kam einem vor wie eine gute Fee, die dafür sorgt, dass alles wunderbar wird.